Auha! Die Müllabfuhr fährt schon weiter schnell noch die Hausabfälle hinten rein. Puh, das hat ja gerade noch so mehr oder weniger geklappt. Die arme Frau aus Taiwan packt sich beim Müll rausbringen mal so richtig auf die Klappe. Faceplant, sagt der Engländer dazu in Fachkreisen. Wollen wir hoffen, dass sich die Dame nicht ernsthaft verletzt hat. Immerhin, ein Müllproblem hat sie nicht mehr. Untertitelung des ZDF für funk, 2017